Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich möchte euch heute eine Partie von Tony Malz zeigen. Und zwar hat er diese Partie beim Turnier in Hastings 1976-77 gespielt. Und zum einen, weil die Eröffnung hatte mich interessiert, dieses Englisch mit diesem B7-B6. Vor allem aber auch ist dann mehr oder weniger legendär geworden, dass er dieses ganze Turnier, nicht nur diese Partie, sondern das ganze Turnier im Liegen spielen musste, weil er unfassbare Rückenschmerzen hatte. Und das ist quasi legendär geworden, ja, dieses Bild hier zumindest. Und auch der Umstand, das wird ja in Quiz-Sendungen ab und zu mal gefragt oder so. Und genau, diese Partie möchte ich euch heute zeigen und dabei viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zurück beim Schachstattding. Schön, dass ihr dabei bist. Die Partie von Ivan Farago aus Ungarn gegen Tony Malz. Gucken wir aus Tony Malz-Sicht mit den schwarzen Steinen. Und hier müssen wir gleich mal so ein bisschen die Eröffnung angucken. Deswegen hatte ich mir die Partie herausgesucht. Zunächst einmal, wir spielen die ersten Züge durch. Und es kam B7-B6 und das deutet, oder das könnte ja auch dann in die O-Verteidigung übergehen. Wenn Weiß jetzt hier E4 spielt und da ist Tony Malz ja durchaus bekannt für, dass er diese Eröffnung gespielt hat. Hier in dieser Partie zog der Gegner C2-C4. Und dann ging eben nach Lorfer B7-Springer C3-E6-E4 die Eröffnung in eine englische Eröffnung über. Und hier müssen wir uns jetzt mal eben ganz kurz ein bisschen einrenken und zwar von den Zugfolgen. Also grundsätzlich, wenn in diesen englischen Strukturen, wenn Weiß also dieses C4 gespielt hat, dann gibt es eine Merkregel oder eine Faustregel, die ich mir so gemerkt habe, weil ich es auch aus einem Buch habe. Wenn ich mit Schwarz diesen Springer fesseln kann mit Läufer B4, dann mache ich das. Und das ist quasi Faustregel Nummer 1. Wenn das irgendwie geht, mache ich das, weil ich erhöhe damit den Druck auf den E4. Und jetzt müssen wir mal eben einmal ganz kurz zurückgehen in eine kleine Variante. Wenn nämlich, also erstens D4, meistens erreicht man diese Stellung über eine etwas andere Reihenfolge. Dass man hier nämlich mit E6 anfängt und auf C4 dann B6 spielt. Manchmal auch erstens C4 und B6. Okay, und dann auf Springer C3, dass man dann eben auch sofort diesen Läufer rausspielt und diesen Springer fesselt. Und nach E4 wäre man wieder in unserer Stellung. Aber das ist jetzt im Grunde Faustregel Nummer 1. Den Springer auf C3 feststellen mit Läufer B4, wenn es geht, in dieser Öffnung, halt dann, um den E4 unter Druck zu setzen. Nun, jetzt müssen wir mal so einen kleinen theoretischen Diskurs machen. Der Bauer E4 hängt jetzt und jetzt weiß mehrere Möglichkeiten, den zu decken. In der Partie folgte damit C2. Ein normaler Zug, um diesen Bauern zu decken. Jetzt müssen wir aber ganz kurz wieder eben zurückgehen. Und wir wollen uns mal so ein paar Varianten anschauen, um mit den Stellungsbildern, die rauskommen können, ein bisschen vertrauter zu werden. Nun, der Läufer D3 ist angegriffen und einer der Hauptzüge könnte ja hier Läufer D3 sein, um diesen Bauern einfach zu decken. Jetzt kommt Faustregel Nummer 2 ins Spiel, nämlich, also wenn wir den Läufer schon draußen haben, gegen den Springer gefesselt haben, dann können wir uns merken, auf Läufer D3 können wir jetzt tatsächlich F7, F5 spielen. Und zwar, die Idee ist natürlich, wir greifen den E4 an und wir haben so die Hoffnung hier mit dem Läufer Richtung G2 Richtung dem Turm schielen zu können. Warum aber ist es wichtig, dass der Läufer draußen ist? Und das ist eben in diesen Varianten, wenn Weiß jetzt hier auf F5 schlägt, da gibt es ja in der O-Verteidigung diese Matula-Falle. Ich verlinke das mal hier. Und da ist es einfach eine gute Variante für Weiß. Hier ist aber ein großer Unterschied. Schwarz kann hier auf G2 schlagen und auf dieses Schach, ja, kann der König das Feld F8 benutzen, das der Läufer ja frei gemacht hat. Und das ist ein wichtiger Unterschied und das sieht komisch aus, ist aber eine fantastische Stellung für Schwarz hier, weil man einfach den Turm gewinnt und ohne große Kompensation hinterbleibt. Die Idee ist, auf F schlägt E. Dann den Zwischenzug Dame E8, den sollte man sich vielleicht noch merken, damit das Mat auf F7 abgedeckt ist und auch durch die Feststellung auf der E-Linie kriegt man diesen Bauern zurück. Ja, man bekommt noch ein Tempo auf die Dame zurück und hier steht Schwarz schon ganz ausgezeichnet. Im Grunde schon mit Minus 4, schon quasi eine Gewinnstellung. Deswegen, auf Läufer D3 ist immer der Zug jetzt hier F7, F5 eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wenn Weiß hier mit F2, F3 diesen Bauern deckt. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, jetzt ist diese Diagonale endgültig verstopft. Trotzdem, die Öffnung dieser Diagonale bietet wieder einige taktische Chancen für Schwarz. Und hier ist auch der Zug F7, F5 wieder der Standardzug. Zum einen mit Druck auf den E4 und wenn Weiß jetzt hier auf F5 schlägt, dann kommt der Zug Springer H6. Den sollten wir uns auch noch merken. Wir möchten mit dem Springer auf F5 zurückschlagen, um im Zentrum schon aktiv zu stehen. Grundsätzlich ist die Variante gerechtfertigt. Läufer H6 ist keine Drohung, wegen Dame H4 Schach. Und jetzt habe ich natürlich die schwarzen Felder hier so ein bisschen kontrolliert und grundsätzlich muss ich mir merken, wenn ich hier ein Gambit spiele, dann ist das überhaupt kein Problem. Diese Diagonale ist offen, brandgefährlich, Weiß hat Probleme beim Entwickeln. Unser König wird gleich schnell in Sicherheit sein. Die F-Linie wird ein gewisser Druck entstehen. Das ist natürlich eine Stellung für Dynamiker. Aber das sind so im Grunde keine Gefahr für Schwarz. Das ist okay. Und wenn Weiß hier nicht auf H6 nimmt, der beste Zug, laut Theorie wäre jetzt hier schlagen auf E6. Und jetzt müssen wir so ein bisschen gucken. Hier spielt Schwarz auf aktive Figuren. Springer F5 droht Dame H4, weil wir dann auf G2, G3, diesen unseren Springer auf G3 opfern könnten. Wir haben hier aber auch natürlich dann den Druck auf den D4, weil der Springer da ja auch drauf wirkt. Und dann sehen wir schon, ah, der König hier mit dieser Schwächung auf dieser Diagonale. Und wir versuchen einfach mit Figurenentwicklung, mit Gambit mäßig das auszunutzen. Kleine Anekdote am Rande vor. Ich weiß nicht, vor 25 Jahren hatte ich diese Stellung mal in der Bezirksliga im Mannschaftskampf. Und mein Gegner, naja, denkt auch, ich habe einen Bauern gewonnen. Super, ja. Hatte schon mal rum wie ein stolzer V. Schluck hier auch noch auf D7. Baut habe ich ja zwei Bauern mehr. Ich bin der König der Welt. Spielte auch noch Art Tempo Dame E2, als wenn das Theorie wäre. Nach dem Motto, um die Rochade nicht zu verlieren, muss er jetzt die Dame zwischenziehen oder den Läufer zurückziehen. Beides ist gut für Weiß. Aber ich habe dann instant König F7 gespielt und auf einmal droht Turm E8. Und dann sehen wir hier schon diese Fesselungsmotive. Und auf einmal dämmerte es dem Weißen, dass er hier in Gefahr gerät. Und die Partie dauerte auch tatsächlich keine 25 Züge. Die kriege ich leider nicht mehr zusammen. Ich habe das Partieformular auch nicht mehr. Aber ich kann mich noch daran erinnern. Das war sehr schön. Und durch die Aktivität der schwarzen Figuren, Turm E8, Dame H4, der D4 hängt und so weiter, hat Schwarz hier Kompensation. Okay. Das zum F2, F3. Und wir müssen noch mal ganz kurz reingucken im Allgemeinen, wenn Weiß hier mit D4, D5 versucht, diese Diagonale zu blocken. Das hat auch einen gewissen Nachteil. Nämlich, dann merken wir uns, dass auf D5 fast immer die Dame auf der E-Linie sehr, sehr gut steht. Denn diese Fesselung auf der E-Linie ist sehr, sehr unangenehm. Und wir stellen dem Weißen bereits eine Frage, was machst du hier eigentlich? Nur als Beispiel, wenn ihr einfach hier einen Läufer entwickelt, um den Bauern zu decken, dann schlagen wir hier auf D5. Und jetzt sehen wir auf einmal, oh Moment, der hier ist gefesselt. Der ist gefesselt, bleibt nur noch 10 mal D. Und jetzt könnten wir zum Beispiel schon auf D5 diesen Bauern gewinnen. Wir können das noch mal verbessern, indem wir entweder mit F5 versuchen, diesen Bauern nochmal anzugreifen und der aller allerbeste wäre, Läufer C3 diesen Springer-Erz zu tauschen. Und dann können wir entweder diesen Bauern schlagen oder mit F5 wieder dieses Zentrum massiv unter Druck setzen. Das einst mal stolze weiße Zentrum fällt völlig auseinander. Ich bekomme auch noch weiteren Druck drauf und bin schnell mit meinem König weg, habe Druck auf zentralen Linien, habe mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Bauern gewonnen, irgendwann zwischendurch. Und ja, fantastisch für Schwarz. So will er das haben. Und deswegen, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Partie. Kleiner Ausflug, damit ihr mal so ein paar Stellungsbilder habt, was so taktische Motive angeht in dieser Stellung, hat Weiß versucht mit Dame C2 diesen Bauern zu decken, um sie noch nicht festzulegen. Und auch diese Schwächungen mit F2, F3 zu vermeiden. Aber jetzt kommt Faustregel Nummer 3 quasi ins Spiel. Nämlich, wenn die Dame diesen Bauern deckt, dann können wir den mit Dame H4 sofort angreifen. Erstens hängt der jetzt wieder. Und zweitens kann Weiß nicht F2, F3 spielen. Weil wegen dieser Diagonale natürlich. Das heißt, jetzt hängt dieser Bauer hier tatsächlich. Und jetzt muss, um den Bauern zu decken, und wenn Weiß nicht D5 spielen will, wir denken dran, wenn er jetzt hier D5 spielen würde, dann kennen wir das Prinzip, dass wir das weiße Zentrum völlig massiv unter Druck setzen. In dem Fall mit Läufer C3. Die Dame kann nicht schlagen, weil der E4 angegriffen ist. Und jetzt haben wir schon die Möglichkeiten, wieder mit F5 hier das ganze Zentrum völlig auseinanderfliegen zu lassen. Und auf E mal F nehmen wir dann eben auf D5. Und dann haben wir eine super schnelle Entwicklung mit Springer F6, Springer A6, C5. Damit der Läufer B7 immer frei bleibt. Und dann können wir uns überlegen, ob wir lange oder kurze Rochade machen wollen. Ich würde wahrscheinlich die kurze Rochade bevorzugen, weil der König erfahrungsgemäß am Königsflügel viel sicherer steht als am Damenflügel. Genau, aber hier ist auch wieder vom weißen Zentrum nicht viel übergeblieben. Und deswegen gucken wir mal eben auch D4, D5 hier nicht die große Option, sondern jetzt hat weiß mit Läufer D3 diesen Bauern gedeckt. Und jetzt haben wir Hausregel Nummer 2 ja schon wieder am Start, dass wir, wenn der Läufer zieht, das können wir mit F7, F5 diesem Bauern angreifen und wieder diese Diagonale hier öffnen und da das Zentrum unter Druck setzen. Hier muss man sich schon ziemlich gut mit Theorie ein bisschen auskennen, um in diesen ganzen Gewühlen nicht unterzugehen mit Weiß. Zunächst einmal spielt Weiß hier G2, G3, um die Dame anzugreifen und zu vertreiben. Jetzt denkt man sich ja, Moment, was ist denn hier, wenn der jetzt Springer F3 spielt, eine Figur entwickelt? Sieht doch sehr, sehr natürlich aus. Immerhin kann ich ja nicht auf E4 schlagen. Dann schlage ich wieder auf C3, entferne den Springer. Jetzt kann die Dame oder der Bauer schlagen. Der Bauer ist tatsächlich nicht ganz so gut, weil nach Dame G4 zwei Bauern hängen. Der G2 und der E4. Sogar mit einer Gabel und so weiter. Das wäre schon, da geht schon Material verloren für Weiß. Und wenn die Dame hier schlägt, dann muss die Dame wegziehen. Jetzt hängen auch zwei. Aber jetzt kann Weiß immerhin die Rochade machen. Und auf dieses F schlecht E, den Zugspringer E5 wieder mit Tempo auf die Dame. So, jetzt hat schwarzen Bauern gewonnen. Ja, der König ist jetzt ein bisschen selber in der Mitte hängen geblieben, während der Weiße rochiert hat. Jetzt ist aber immerhin dieser D3 angegriffen. Und jetzt muss man es auch wieder kennen. Man könnte ja, wenn man es nicht besser wüsste, sagen als Weißspieler, ich gehe nach C2, um den E4 unter Kontrolle zu haben. Und den vielleicht mal irgendwann irgendwie erobern zu können. Problem ist, dass nach D6 hat dieser Springer hier wenig Fehler. Und selbst der Schacht, C6, der kommt nicht mehr weg. Der ist weg. Und die Kompensation für Weiß ist doch eher fragwürdiger Natur. Wenn der Läufer aber nicht nach C2 geht, sondern nach E2, dann sichert er sich das Feld G4. Und jetzt ganz wichtig, jetzt müssen wir einmal noch eine Variante mit Schwarz kennen. Nämlich, dass wir hier D6 spielen müssen. Unbedingt. Wenn wir sagen, oh, wir sind trickreich, versuchen Springer F6 zu spielen, um dem Gegner das Feld hier wegzunehmen. Dann kann Weiß mit Läufer E3 spielen. Und auf D6 zeigt sich die Idee des Aufbaus von Weiß, dass er hier mit Dame C1 auf einmal Läufer G5 droht und unsere Dame fängt. Und die ist auch nicht mehr zu retten. Weil auch so Züge wie H7, H6 natürlich das Feld G6 schwächen. Also wir können, die Dame angegriffen, die Gabel, die Dame kann sich nicht mal retten. Der Turm hängt auch noch. Katastrophe. Also deswegen unbedingt schnell D7, D6 sofort spielen. Und wenn der Springer sich rettet, dann entwickeln wir uns. Und im Zweifelsfalle haben wir ja genau das, was wir haben wollten als Schwarzer mit dieser Eröffnung. Nämlich eine taktisch verwirrte oder verwickelte Stellung. Aber mit Chancen. Dieser Läufer auf dieser Diagonale. Wir sind in der Nähe vom König. Dafür haben wir natürlich so ein bisschen die Struktur in Kauf genommen. Unser König noch in der Mitte. Engine sagt, es ist Ausgleich. Aber mit Chancen sind wir eigentlich für beide Seiten. Und das ist ja völlig in Ordnung. Und genau. Das war mal so ein kleiner Exkurs zu unserer Partie. Wenn Springer F3 gekommen wäre. Aber es kam ja auch G2, G3. Der ist auch nicht schlecht. Der meistgespielte Zug auf der Meisterdatenbank zumindest. Den Druck gegen den E4 reduzieren. Hier geht die Dame nach H5 zurück. Und denn die Dame wollte, naja, wollte natürlich auch gerne Bauern gewinnen. Keine Frage. Aber diese Schwächung mit G2, G3 hier zu provozieren, damit diese Diagonale aufgeht. Das ist so die Hauptidee von diesem Damenmanöver gewesen. Und jetzt versuchen wir natürlich die Dame noch irgendwie so zu postieren, dass wir hier das weiße Zentrum weiterhin unter Druck setzen können. Jetzt geht der Läufer zurück. Weil wenn sofort F2, F3 kommen würde, dann könnten wir das Zentrum wieder sofort massiv unter Druck setzen. Und dann sehen wir, wir haben alle Figuren entwickelt. Wir drohen Springer G4-Geschichten mit Matt-Ideen. Der Springer müsste dann wegziehen, um die zweite Reihe freizumachen. Das würde dann bitte den D4 kosten, ja, und so weiter. Schwarz spielt hier völlig mit. Und nach Springer F4, Dame E8, haben wir die Wahl. Der D4 hängt. Und nach Läufer E3 zum Beispiel haben wir die Wahl zwischen zwei sehr, sehr guten Zügen. Zum einen Springer G4 oder E5. Völlig egal, welchen wir machen. Strukturell ist E5 vielleicht sogar noch interessant. Weil wir diesen Bauern jetzt wieder blockieren. Wir können den tauschen und dann hier massiv den Druck erhöhen und so weiter. Diese Stellungen hier sind im Allgemeinen immer schon sehr, sehr angenehm für Schwarz. Und wir können hier aber auch Springer G4 spielen mit der Idee, diesen Läufer hier zu tauschen und den rauszunehmen. Und damit unser Läufer hier im Zweifelsfalle überbleibt. Und vielleicht ist das sogar noch besser, wer weiß. Geschmackssache. Also das alles ist nach Dame H5 der Grund, warum Läufer E2 kam. Jetzt muss unsere Dame noch weiter zurück. Und jetzt kann F2, F3 kommen. Und jetzt hat weiß, naja, unter einigem Zeitaufwand und die Figuren zurückziehen, naja, hat unsere Dame zurückgedrängt und das Zentrum stabilisiert. Trotzdem können wir weiter Druck machen. Zunächst einmal schlagen wir einmal auf E4 und entwickeln uns weiter. Wir tauschen übrigens, das mal so noch nebenbei, bevor wir Springer F6 spielen, damit nicht irgendwie E4, E5 kommen kann. Und wir haben jetzt dieses Feld hier nicht für unseren Springer, weil der Bauer noch da steht und so. Und der Bauer überhaupt fortziehen kann, weil diese Diagonale noch geschlossen ist. Und deswegen in der Partie folgte natürlich dann F mal E und dann Springer F6 mit Angriff auf diesen E4. Und weiß, ja, sah sich gezwungen, denn dieser E4 ist ja unter Beschuss. Was passiert denn bei Läufer F3? Der sieht ja auch noch halbwegs natürlich aus, um diesen Bauer zu decken. Hier kann Schwarz mit Springer T6 die Entwicklung voranbringen. Weiß muss diesen D4 decken, aber wir haben, und das ist eben auch ein typisches Manöver in diesen Strukturen, dass wir mit E5 das Zentrum angreifen, den E4 blockieren, damit dieser Läufer F3 auf dieser Diagonale passiv bleibt und eingesperrt bleibt. Wenn der Bauer vorgeht, geht unser Springer natürlich hier schon ins Zentrum, greift alles an, was irgendwie ungedeckt ist. Deswegen muss der getauscht werden. Und dann sehen wir einfach die Fesslung, ja, weiß muss immer wieder einzige Züge machen und reagieren. Aber am Ende des Tages gewinnen wir mindestens einen Bauern und, ja, wegen dieser ungedeckten Figur, und wir drohen auch einen zweiten Bauern zu gewinnen, sind ja auch sehr, sehr schnell mit unserem König in Sicherheit. Da kann nichts passieren. Und fantastische Stellung für Schwarz. Und deswegen kam nicht Läufer F3, sondern D4, D5. Okay. Boah, ganz schön kompliziert, ne? Aber, mehr für Weiß. Er muss bei jedem Zug immer diese Diagonalen und alles berücksichtigen und das ist echt hart. Während Schwarz jetzt einfach weiter rauchiert, die F-Linie nutzt und da vielleicht mal was machen kann. Weiß muss ja auch mal irgendwann zur Entwicklung kommen. Springer F3. Dame G6. Wieder ein fantastischer Zug, der den E4 unter Druck setzt. Und wieder muss ich mich, ja, irgendwie entscheiden. Ich kann nicht fortziehen, weil die Dame dahinter hängt. Läufer D3. Dann gehe ich halt nach H5. Und dann sehen wir die Auswirkungen, dass nämlich diese weißen Felder hier sehr, sehr geschwächt sind durch diesen Zug G2, G3, den wir ja vor einigen Zügen mal provoziert haben, ja? Und der Springer F3 ist ungedeckt, muss gedeckt werden. Das geht mit der Rochade. Und durch den Zug D4, D5 haben wir natürlich ein weiteres Feld gewonnen, nämlich das Feld C5. Kommt unser Springer hier wunderbar hin. Der geht nach C5. Alle unsere Figuren spielen mit. Wir haben immer noch massiven Druck auf das weiße Zentrum. Es kam A2, A3. Wir gucken mal eben ganz kurz. Weiß wird es sich nie erlauben können, hier auf E6 zu schlagen. Und das ist auch ein Punkt, den wir uns bei dieser Variante oftmals, der oftmals in verschiedenen Varianten vorkommt. Nämlich, dass hier auf E6 jetzt so ein Isolani rumsteht aus schwarzer Sicht. Aber der ist in keinster Weise eine Schwäche, sondern der ist ein Superbauer. Weil er eben das Feld D5 kontrolliert, dass zum Beispiel der Springer von Weiß da nicht reinhüpfen kann. Und dieser Bauer hält alles auf. Die D-Linie geht auf. Und dadurch entstehen ja hier schon wieder Drucksituationen. Die F-Linie ist ja sowieso auf. Die weißen Felder, der E4. Das ist bereits eine quasi Gewinnstellung für Schwart. Deswegen gehen wir hier wieder zurück. Weiß versucht mit A3 irgendwas zu reagieren, damit auch so Motive wie Läufer C5 Schach und dann Springer B4 droht er ja auch hier schon den Tausch auf C5. Nach A3 tauscht schwarz auf C3 ab, um diesen E4, den Druck gegen den E4 zu erhöhen. Ja, und weiß muss sogar mit dem Bauern schlagen. Warum? Wenn er mit der Dame schlüge, herme Springer C5 mit Druck auf den E4 und der kann nicht so richtig vorziehen, weil dann Springer F nach E4 kommt mit Angriff auf die Dame. Und dann ist die F-Linie offen. Der F3 ist unter Beschuss. Den können wir noch einmal kurzfristig mit der Dame decken. Aber, jetzt sehen wir das Problem. Die Dame ist an den D5, an den F3 überall gebunden. Und nach Laufe A6 kommt der, der Turm muss hier bleiben, den F3 zu decken. Jetzt kommt der Springer da rein. Das spielt sich quasi von alleine. Mindestens, dass der Bauer hier mal weg ist. Aber auch der nächste Turm kann kommen. Vielleicht ist der ganze Springer sogar weg, je nachdem, wo der Turm hingeht. Fantastisch. Schönes Figurenspiel für schwarz. So stellt man sich das vor. Und deswegen muss weiß hier mit dem B-Bauern schlagen. Aber jetzt kommt der Springer raus. Und jetzt sehen wir, wir haben jetzt 16 Züge gemacht. Wir haben die Entwicklung abgeschlossen. Wir stehen fantastisch. Alle Figuren sind im Spiel. Machen Druck auf das Zentrum. Stehen schon einsatzbereit für Aktionen gegen den König. Ja, und weiß ist noch nicht mehr entwickelt. Sehr schön. Das gefällt mir. Laufe E3. Okay. Drohlt auf C5. Jetzt nehmen wir auf D3. Und damit ist der E4 etwas anfälliger. Und schwarz nimmt auf D5. Und möchte jetzt die E-Linie öffnen. Ja, weil da ja hier auf E3 auch mal Potenzial entsteht. Vor allem aber hat weiß das Problem, er muss hier mit dem E-Bauern schlagen. Er muss hier mit dem E-Bauern schlagen. Er würde unfassbar gerne mit dem C-Bauern schlagen, um die Bauernstruktur zu begradigen. Und dann vielleicht demnächst den Springer irgendwie wegziehen und den E4 decken. Und dann irgendwie gucken, ob man den Laden zusammenhält. Problem ist, Charis hat so ein konkretes Spiel. Und es folgt Springer G4, was Turmschlägt F3 droht. Und dann wäre hier auf H2 schon Mattangriff. Und es hat weiß mehrere Möglichkeiten. Er könnte zum Beispiel versuchen, den H2 zu decken. Wenn er das mit der Dame macht, stellt sich der Läufer eben auf diese Diagonalen nach A6. Greift den Turm an. Und ja, der kann den Turm, der kann den Springer gar nicht mehr gedeckt halten. Hm, nicht gut. Und wenn die Dame nach E2 geht, macht er nichts schon. Stimmt trotzdem, Läufer A6. Greift wieder die Dame an mit dem Spieß hier. Denn wenn die Dame den Läufer schlägt, ist eben der Springer einsatzbereit. Der Turm ist angegriffen. Und gleichzeitig hängt ja auch wieder dieser Springer. Und weiß verliert Material, wo auch immer er will. Und deswegen musste weiß notgedrungen E mal D spielen, damit der Läufer hier keine Diagonale bekommt. Aber jetzt natürlich die E-Linie auch noch aufgegangen. Schwarz hat hier verschiedenste Ideen. Vor allem aber, sehen wir, die F-Linie auch aufgegangen. Und G4 wäre jetzt auch wieder ein sehr, sehr starker Zug. So niemals sagt sie aber, weißt du was, ich nehme den Bauern auf D5. Jetzt habe ich Materialvorteil, nämlich diesem Bauern. Mein englischer Läufer hier auf B7, der wird jetzt wieder frei. Und da droht wieder in allen möglichen Formen und Farben, wenn weiß den jetzt nicht schlägt. Quasi muss weiß ja schlagen, was soll er machen. Und dadurch hängt jetzt aber der F3. Und Schwarz hat einen Bauern gewonnen. Und nicht nur das, jetzt hängt ja auch noch der D5. Und den versucht weiß zu decken. Aber wir sind einmal am Drücker. Ja, jetzt lässt Tony Meitz nicht mehr nach. Und denkt immer dran, das macht ja alles im Liegen. Mehr oder weniger blind. Ja, faszinierend. Läufer A6 greift die Dame an. Und möchte die Dame von dem E3 ablenken. Und wenn der erst mal fällt, ja, dann ist natürlich hier der König noch weiter offen. Deswegen muss die Dame am Läufer bleiben. Aber der Läufer kommt jetzt von vorne. Jetzt haben wir hier gewisse weiße Felder unter Kontrolle. Wir greifen den D5 an. Und der ist mehr oder weniger fast nicht zu decken. Wir decken unseren C7 und blockieren den D-Born. Und der ist jetzt eine Schwäche. Die wird jetzt angegriffen und erobert. Nach H4 kommt Turm F8, was Turm F5 und dann Turm schlägt D5 droht. Und das ist im Grunde nicht abzuwehren. König H2. Wir könnten hier mit Turm F5 diesen Bauern gewinnen. Wäre überhaupt kein Problem. Aber, und jetzt zeigt sich mal wieder die gute Technik von den Großmeistern, dass eben durch so Züge wie Läufer E2 die Koordination im weißen Lager noch mehr gestört wird. Denn der Turm muss ja die D-Linie verlassen. Und damit ist dieser Bauer hier noch weiter ungeschützt. Der Turm ging nach G1. Ich habe mir so ein paar Varianten mal angeschaut. Warum geht der jetzt zum Beispiel nicht nach C1? Nun, dann habe ich hier immer dieses Schach. Und dann könnte ich mit H5 Läufer G4 schon matt drohen. Das sieht ganz, ganz bitter aus für den König. Ähnliches gilt, wenn der Turm nach E1 geht. Ja, kommt auch hier dieses Schach auf F2. Und der König muss sich entscheiden, ob er hier rausrennt. Und jetzt könnte ich auch schon nach H5 spielen. Ich könnte aber auch Läufer F1 spielen. Und den König so richtig nach vorne ziehen. Droht Dame G4 matt. Oder Droht Dame F6. Ist ja klar. Der König hier an vorderster Front, das kann nicht gut gehen. Wenn der König, in welcher Variante auch immer, nach H1 geht, ist natürlich immer Läufer F3 matt. Und ja, das ist die Problematik bei Läufer E2. Wohin mit dem Turm? Und dann hat sich Weiß gedacht, dann versuche ich, wenn es in der Nähe vom König zu bleiben, damit hier vielleicht mal kein matt droht irgendwo. Turm E8. Möchte den Läufer wegziehen und dann auf E2 eindringen. Und nach Turm G2. Geht der Läufer einfach wieder. Und jetzt droht wieder Läufer D5. Und jetzt kriegt der Turm den Bauern ja nicht mehr gedeckt. Schönes Manöver von Schwarz. Und nach Turm F2 könnten wir auf D5 schlagen. Aber Malz möchte lieber mit dem Läufer schlagen, um potenziell matt setzen zu können. Weiß verhindert das, greift jetzt hier Dame und Läufer an und erzwingt den Damentausch. Rettet seinen König. Aber natürlich nicht die Partie. Denn Weiß hat zwei Bauern mehr. Und ja, wir haben ungleichfarbige Läufer. Aber das ist natürlich eines dieser größten Mythen im Schach, dass ungleichfarbige Läufer immer automatisch Remis sind. Das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Im Gegenteil. Ungleichfarbige Läufer bevorteilen immer die Seite, die am Angriff ist. Wenn zum Beispiel eine Seite einen schlechten König hat oder so. Und ein Remis-Faktor entsteht erst immer dann bei ungleichfarbigen Läufern, wenn Bauernketten sind, die ineinander verschachtelt sind. Und dass die schwarzen Bauern jetzt hier zum Beispiel auf Weiß stehen würden. Und dann könnte dieser Bauer hier auf dieser Diagonale eben entsprechend alles blockieren und decken. Und dann haben wir eine gewisse erhöhte Remis-Wahrscheinlichkeit. Das stimmt. Aber vorher eben nicht. Und hier sind natürlich hier noch mindestens zwei weitere Bauern. Einfach super schwach. Und der Bauer C3 hängt. Wir können ihn hier angreifen. Der kann jetzt nicht mal gedeckt werden. Auf F3, weil der Läufer steht. Und auf C2 geht er auch nicht, weil der Läufer dann hängt. Hier fällt schon der nächste Bauer. Und dann hatte Weiß ein Einsehen. Und hat die Partie an dieser Stellung aufgegeben. Also eine fantastische Partie zu dieser englischen Öffnung. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Gedanken zu dieser Öffnung vermitteln. Was Ideen sind. Und warum ich das gerne früher gespielt habe. Vielleicht sollte ich es mal wieder spielen. Genau. Und ja, Tony Miles hat das alles im Liegen gespielt. Wahnsinn. Von daher zu Recht legendär. Noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema Wissenbild, der schaut sich gerne links dieses Video an. Oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Und wenn ich das gesund ers diabetesinfeld. cause ich dein Kampfglasiat. Ich bin zugeben否話. Ich bin jetzt.